Schrift auf Mikro-Stream-Welt, ja, streamen, ähm, ja, hab ich aus Versehen gerade im Pfeil geschossen, ja, äh, ja, mit psychischerweise ist Mikro dabei, ne, ja? Ja, ich hab eine sehr praktische Sache jetzt gefunden, wie wir keinen Hungersnug mehr haben. Und? Einfach Schweinefarm? Naja, ähm, Leute, äh, für jeden Stein, was du siehst. Wenn jetzt einer von mir mitspielen will, will, äh, darf er rein oder nicht? Ähm, ja, er darf, nur wenn er sich an die Regeln hält, dann kick ich ihn. Äh, wenn er sich nicht an die Regeln hält, meine ich. Was? Wenn er sich an die Regeln nicht hält, dann kick ich, also, Leute, sag ich was. Wenn er sich nicht an die Regeln hält, kick ich ihn. Ähm, oh Gott. So? Einfach die Regeln, nicht briefen, nicht klauen und, äh, ja. Was hab ich eigentlich 10 Sticks? Mann, als ob ich keine, keine... Nichts Spielerkontos töten. Mach ich, hab ich noch nie hier drauf gemacht. Mein kleiner Bruder schreit gerade. Ne, ne. Man hört's. Ja, nervig. Und jetzt so, dass die, äh, das Team so, ähm, ich muss schon jetzt in fünf Stunden, hat dann im Durchschnitt vielleicht drei Zuschauer, das Team danach so 50 Aufrufe, also, kein Ohr, man hört die ganze Zeit, der Bruder so im Hintergrund, so eins, so, keine Ahnung, zwei Jahre später, äh, das Team hat so 15.000 Aufrufe, 50.000 Leute haben meinen Bruder gehört. So. So. Ui. So, äh, nicht schnicken, ui. Leute, ich hab nicht wirklich gerade ein Dorf gefunden, was noch ungelootet war. Und Lederrüstung. Kann ich bitte teleportiert werden? Wohin denn? Willst du mir nach Hause, äh? Willst du mir zu Hause? Ja, keiner von euch ist gerade bei dir zu Hause, äh, keiner von uns. nach hause geht dann kannst du dich zu ihm teleport ich weiß auch wo der wo ding zu hause ist weiß es ok er noch klung krieger ist karte leute mal sehen ob wir noch wenn hier die hast du dir gerne fressen wesen mit drei stil nicht mit einem sondern mit 23 3 3 gott und günstige zeit ausgesucht mit dem stream das skelett das ist ja er hat die ganze zeit eingeschaltet dann wird wieder ausgeschaltet so die ganze zeit ein zuschauer dann 0 dann wieder einer und dann wieder 0 jetzt was macht er niedriger jetzt was er was spannendes nieder jetzt macht er nicht dann ja jetzt kommt wieder was um nirgendwo ich wollte sagen es was sie sonst geht es erst nach zehn minuten kommen alle zehn minuten zehn sekunden erne kommt die kommen die kommen somit und erneut sich so hier sind wieder schweinchen statt dass ein schweinchen für das die mich in unser gehege sind dann würde sie ich bleibe bis ende ehrenhaft und jetzt so äh so kann jetzt so zwei ein minuten später so sorry ich muss ausmachen weil er wohl das nach hause gekommen hat gerade meine sticks weggeschmissen ne keine sorge die kann er geht wieder wie beim letzten stream anfangs einfacher konnten so wenn jemand von euch mitzocken will abonnieren leiten an die regeln erinnern und dann läuft schon neuer neuer welche regeln so ey der geist ist aber ja schon kommen ich glaube das ist eigentlich schon aufgefallen niemand mag deine witze schluss d ich hatte sie manchmal aussehen 2 das war es tatsächlich noch drinnen weil gerade nur eine angezeigt was war das kann ein blitz leute noch für den es da kann mit ansage ja wenn jemand wird zocken will dann sagt dass er erst mal zwei raum und jetzt soll mein doch wollen ins pool was geht schön dass auch wieder am start ist keine sorgen entspricht ich versuche heute noch ein folge zu machen mir geht's gut und hier schnack ist ja auch ich habe 441 abonnenten weniger zu schau als du durst 100 fast 120 hast aber auch gefühlt das doppelt dann zuschauer wie ich bei dem video ist kein sammeln bei den 100 ist halt echt warum hat es nicht gespeichert kein sammeln wahrscheinlich fall ich gleich und davor vor den dias ja moin ja hier weißt du was richtig krampf ist mir selbst schon mal passiert was was ich bin in der mine gewesen ganz normal geschädigt dann war da stein damit mich runter gebaut das gerade runter gebaut ich war eine höhle ich bin exakt vorteile also ich bin untergefallen unter dem stein war nämlich nur raum wo lava war und ich bin genau auf einem stein gelandet der war am rand der lava und da direkt daneben waren diamant als ob problem ist in der nähe waren zornis borger und ich habe es nicht gemerkt der zorni hat mich fett in die lava geschubst bevor ich die diamanten auf seine konnte doch ich habe die welt gelöscht ich versuche jetzt mal was leute und ich habe irgendwie ein halbes denkwund diese apex getötter bekommt als wenn ich leute ich gehe auf eine erkundungstour oder generell tour verweisen und sonst was ich bin in dem keine fackel wird dass ich mein schmerz spitzhacke oder schmerz spitzhacke das ist meine lieblingswaffe eine schwert als spitzhacke alter als ob leute eine riesige riesen schlucht perfekt für mein rie die nacht lassen nach geht leute irgendwie sieht die schlucht nicht so aus als wäre es eine nice schlucht schauen ob wir vielleicht noch irgendwo ein schweinchen ist schlecht oder leute hat er schon mal was so nice ist plötzlich ein kleiner eine kleine riesen schlucht ja moin habe ich das gerade wirklich gesagt eine kleine riesen schlucht ob hier wirklich nichts ist ja es ist ja ich bin keine angst ich habe das bei den koordinaten steht an der sieben hundert 6 6 und 7 ist neben 83 65 und 1131 ich bin bei 27 12 169 nimm doch gold mit gold äpfeln gold habe ich in der dinge so schlechte erfahrung leisten riesen schleim ich habe schleim gefunden auch mein schlamm von lalala lalala schlafen wenn jemand in meinem stream kommt der und sagt hoffentlich stirbt deine familie ich habe richtig guten konto das hat was mit einer toilette zu tun wie viel lapis habe ich denn ja 25 der kann man natürlich wahrscheinlich mitnehmen bill oh oh billy ist drinne oh oh die wuff blöcke kriegt bei mir vielleicht mod wenn er zu mir kommt zieht uns bleiben ja auch aber wir haben ja schon bei mir macht also wuff woof leider schaden ist nirgendwann so 231 ganz viel glücklichen herstellen nein die ich sehe nur noch ich hab 3 ich habe halt ich brauche bessere höhlen hat doch ich mit diesem bogen kannst jetzt einfach jeden haupt ok ok ich kann mir das noch mehr herstellen ich bin ein platz für eine eimer diese höhle die ist eigentlich neben spawner hauptsache diese riesen schlucht wird man nicht erkundet die leute mache ich das jetzt am besten was gerade mit dem blog passiert wenn wir ein eimer mit zack 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 alle eine nütze schuldig das gut spieler spaß die fände hat den fänden kann ich nicht gelassen um mich an einem aber kann ich erst decken stecksteck nun leute dann cool diese schlucht geht nicht in der legende ein deswegen dass ich mich jetzt meine ganze rüstung ist kaputt mit der fw ist zu lange geben zu spät wie heißt es ja mal ganz schade schreibt wuff damit sie ergleichen das findet ich habe gesagt bei irgendeiner hat bin ich so so richtig wer verkrumpft und so habe scheiße wir haben keine dinge hat hunde internet das ist alles ein spaß ich weiß nicht lustig das war der krasseste konnte die die gehörte abkappen weil er gerne meine stimme r k k k k k k k k k Es gibt da vier so ne Chest, da kann man seine Waffen reinpacken und hat keine Ahnung, sein Essen und dann so ne Truhe abbauen und dann ist man eventuell... Weißt du, was ich da glaub? Die Schalkeerköste. Ja, genau. Haben zwei Hunde, fünf Geckos und vier Geckos haben uns heute gebissen. Die kriegt man nur, weil man ans End geht. Man muss ins End reingehen, im End ist der Enderdrache, da muss man durch ein Portal durch, was da weiter ist und dann gibt's nur noch eine Enderfestung. Und da sind Schalkers, die muss man töten und dann kriegt man Schalkerteile und sag, was kannst du in Schalkerkiste machen. Und ich hab mich noch gefunden. Ja, sehr schwer. Weil die Schalkers sind sehr nervig, die geben eine Levitation. Levitation ist Schwerelosigkeit. Kannst du mir vielleicht mithelfen oder jemand? Hat jemand Dings gemacht, ähm, wir nehmen das nochmal, äh, bei dem roten Gebiets. Ähm, war es, war da noch ein anderer außer, äh, du Mikro? Ja, kann es noch. Kann mir jemand helfen, äh, zum Beispiel... Creeper! Oh, man! Oh, man! Blocki! Und Billy sind bei mir im Chat. Leute, sorry, ich hab dich auf den Chat geachtet. Ja, der, der, Billy hat den Link zu deinem Kanal bei mir reingesendet. Oh, ho, ho. Guck mal, was ich für ne Ehren-Community hab. Ähm, Blocki hat reingeschrieben, danke, wuff. Billy hat geschrieben, hab dein Stream verlinkt, wuff. Ja, okay. Blocki schreibt, hi, Archer schreibt, hi, und, ja. Ein paar andere schreiben, hi, 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 hi. Deswegen ist ein hi. Ey, ey, Leute, wo soll ich, äh, hinten gehen? Ich, die ganze Hölle ist eingestürzt! Ich kann zum Block schreiben. Ja, das ist traurig. Oh, man. Wo, 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 wo Was du dich gestern hat gehört, Niko! Ach, ich! Creeper! Open! Soll ich nochmal die Eisenpferderrüstung mit, für Ferdinand das Pferd? Schneller Test kommt in der Not! Okay, äh... Sprengstoff, dass ich irgendeine Wäsche in der Luft schreibe. Okay, Bill schreibt das Wurf, das wird rausgenommen, das Wurf. Ja, okay. Hast du die Welt so eingestellt, dass man... Warte mal, dass ich auch mit Microsoft-Konto... Nein! Äh, ja, habe ich! Ah ja, jetzt auf einmal. Das ist die Standard-Einstellung, die ich habe. Ich würde sagen, da steht Katze drauf, da spiele ich ab! Leute, ich habe mir, äh, den Schallplattenspieler gemacht und auf der Schallplatte steht Katze. Leute, ich habe auch einen Schallplatten, äh, Schall... Kannst du mich zu dir teleportieren, dass ich auch mal hier reinmachen kann? Ja, reinmachen. Teleporten. Teleporten. Bea, schon der Test. Wohin? Mikro. Ui! Mikro? Warte, warte, mach, ich achte kurz nicht auf den Chat, ich muss kurz meine Sounds... Obwohl... Naja, es geht ja eh nicht, von daher. Mikro, könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Ich hab auch noch eine! Ich hab auch noch eine! Ich hab auch noch eine! Denn ich kann nicht schleunen. Ja, das ist schlecht. Äh, äh, Blocki schreibt Punkt. Billy kann keinen Wurf schreiben. Ja, das ist traurig. Blocki schreibt wieso nicht? Wie geil als seine Sch... Gucke. Voll doof. Hardcore-Remix. Ja, wohl... Wahrscheinlich. Ich war Katzen auch besser. Also ich bin Katzen besser. Nein, Gott. Wie viele Schallplatten hast du? Viele. Äh, vielleicht funktioniert es dann. Warte. Was? Ich kann die Katzen. Hab zu viel Wurf geschrieben. Ach, du heiliger. Ja, äh, dann warte, Leute. Ich muss einfach ganz kurz was bei den Einstallung gucken. Siegel. Winko, da hast du ein paar Schweine gek... Äh, Blocki schreibt, okay. Äh, Dings. Archer, kannst du schreiben, wo ich das nochmal einstellen kann, dass du vielleicht über Microsoft konnte noch welche beitreten können, das kannst du dir dann zeigen. Ja. Ja. Rocker-Symbol. Ja, moin. Winko. Bill schreibt, kann nur Wurf schreiben, wenn ich Mods bin. XD. Ja, moin. Da muss doch mal sehr aktiv sein. Mikro, kannst du... Äh, Mikro, ich hab aus Versehen, das Fleisch rausgenommen. Ähm. Ähm. Äh. Okay, Leute, äh, Dings, mein Chat, ähm, hier, warte. Stimmt mein Chat ab, darf ich hier kurz die Checker-Kiste cheaten? Oder besser gesagt... Hier ist die Manns, hier ist die Manns, hier ist die Manns. Ich hab einen. Oder besser gesagt, soll ich? Der war bei uns. Der war bei uns. Äh, ja, ja, das war sie. Ach so, ups. Ähm. Äh. Archer schreibt, wuff, billig schreibt, rip, wuff. Archer schreibt, Megol. Megol, ja, moin. So, dann geh ich ganz kurz kreativ und gib mir was. Oh ja, einfach ne Schalker-Küste. Darf ich einen Diablock haben? Okay. Wir laufen. Ja, echt? Oha, Digga. Ich will auch ne Schalker-Küste. Ich will auch ne Schalker-Küste, bitte. Der fliegt einfach weg, Mikro. Ja, guck zu ihr. Ich lass meine Gagos gerade in mein Zimmer frei rumlaufen. Oh nein, nicht, dass jemand drauf fährt. Die sehen so süß aus. Der geile, der geile mal schreibt, hi, moin. Lass bitte Party ein. Juhu, mogatim. Mogatim. Ähm. Dingswill Party. Der ist mein teammate. Nein, 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 nein. Kein Dingswill Party. Warum? Wenn? Wenn, dann nur will treu. Wenn, dann darfst du nur beitreten, oder? Dafür werden wir in der Welt joinen, weil keine Party, das liegt daran, ich habe keine Lust, dass jetzt 10.000 Leute Party kommen. Vor allem durch euch beide Headsets hört man sich schon einmal und durch Mias oder Lisas, ich weiß nicht, Headsets hört man sich auch doppelt und dann hört man sich dreifach und dann, wenn einer rein join will, hört man sich vierfach. Darauf habe ich keinen Bock. So, Leute, ich habe geschrieben, gebe ein Das Pausenmenü und versuche mich einzladen. Warte, was für ein Ding? Pausenmenü? Hä? Pausenmenü? Was für Pausenmenü? Blocky schreibt Melon rein. Äh, der geile Gamer schreibt, ich spiele gerade auf Minecraft. Der geile Gamer. Und Billy schreibt kein, äh, kein Blockmatches. Jo, hau rein. Billy, Billy, wuff. Der geile Gamer. Billy, Billy, die, 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 die. Keine Ahnung, die. Bei wem sendest du immer die Links rein? Leute, Karotten. Jetzt ist Handmail drin. Oh, der hat 200 Aufrufe. Ist doch gut. Der, der für zwei Stunden ist so ein Neils. Kostoshow habe ich jetzt. Ja, ich sage mal so. Archer schreibt, ich schreibe gerne. Moin, was geht's? Ey, ich schreibe, da kommt ruhig. Archer schreibt, rechts im Pausenmenü drücken. Bei dem, rechts im Pausenmenü drückt da auf. Ins Spiel einladen. Achso, hier. Das ist Mikro 220. Keine Werbung im Chat, wenn ich bei Mikrowerbung mache, bekomme ich direkt einen Ball. So, Lexon. Danke fürs Essen. Wie heißt... Der Geile Gamer schreibt, ich komme gleich wieder. Du kannst, okay. Archer schreibt, ich sag, ich sag, ich eingeladen. Du musst mich nicht, weil der Geile Game oder? Du kannst auch über mich bei... Du heißt doch, warte. Lexon. Lexon. Oder? Wuff. Spolf. Der Jude, alte Spolf. Der Jude, alte Molf. Oh, Leute, diese Höhle? Seh' jetzt mal filmen. Oh, jawohl, ist es drinne. Oh, no. Na und? Ich seh' jemanden. Blocky schreibt, so dämpft. Es steckt... Okay, nee. Archer schreibt, ich bin eigentlich... Pilot, äh, Huerte 5-0-0-6. Nur bei dir kann ich Wuff schreiben. Lisa ist cool. Hi, schön, dass du da auch wieder hier bist. Ja, dann wirst du mir nicht angezeigt, Archer. Mit zweite Lisa. Archer, dann wirst du mir nicht angezeigt. Heißt du auch Lisa? Ja. Lol. Ich bin eigentlich Pilot, ähm... Na, Leute, funktioniert das super, was ich hier mache. Kann ich mitzocken? Regro kann, äh, Lisa ist cool mitzocken. Mhm. Ja, kannst du? Oh, hier ist ein Boot. Wett, aber erklär euch noch schnell die Regeln. Man muss abonnieren, ne? Nein, nicht das. Okay, nee. Einfach, okay, wartet dann halt kurz in Klappe. Ich erzähl's kurz. Wenn ihr mitzockt auf dem Server, dann sind die Grundregeln nicht grieven. Also, nicht grieven, nichts aus fremden Küsten nehmen. Und, ähm, warte. Musst aber einladen. Ja, dann lade ich schnell ein. Ähm, nächstes fremden Küsten nehmen und nicht ohne Grund töten. Wenn ihr zu einem anderen Grundstück geht und dort, ähm, jemanden einfach, äh... Gaming-Welt, äh, Welt-Lost. Oh Gott! Schnapp-Lost. Ja? Jetzt fängt Billy auch nur noch an, dich zu beleidigen. Also, das ist keine Beleidigung, okay? Er ist ja gelöst. Kannst du mich auch einladen? Dann will Mugadam auch mitspielen. Mugadam. Archa 6. Achso, Archa hat geschrieben 8. Gut. Ach. Einfach vor der Zufall, äh, zwei Leasers. Einfach vor der Zufall, cool, ist falsch geschrieben. Wie kann man mitspielen? Äh, danke. Äh, an alle Worten schreibt, einfach zu meinem Playstation, meinen Live-Chat. Die Gag? Oh mein Gott. Kannst du mich adden, ich nehm an, und dann lade ich mich auf die Welt ein. Billy hat bei dir, Billy hat bei mir, äh, Mikro-Lost reingeschrieben. Uuuuh. Und dann kann, äh, ja, lade ich mich auf die Welt ein, dann kannst du mitzocken, nur die Regeln sind nichts aus fremden... Äh, nur die Regeln sind nichts aus fremden Kisten nehmen, nicht grieven und, ähm, ja. Sind Zuschauer, was geht? Einfach nicht random irgendwie töten, ansonsten ist, äh, einfach alles erlaubt. Die Flex, die Speedy, ach, seh, warum, warum mach ich das? Warum? Oh mein Gott, der ganze Chat ist bei mir voll mit Hashtag Mikro-Lost. Wer schreibt's nochmal? Äh, ich muss mal nicht so. Illi, ja, Wutz, Tabi, Maxi. Wahrscheinlich sind sie selbst so lost, überhaupt mal die Toilettenschüssel zu treffen, wenn sie scheiße sind. Willi, kannst du mich mal da bitte auf mein Häuschen teleportieren? Ich kann... Ich kann nichts. Billy. Oh, komm, 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 komm. Ich bin ja komplett am Arsch. Oh, 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 oh. B-I-D-T, M-I-D-T, M-I-L-D-T, D-I-D-I-D-I, K-A-N-A-N-U-N-U, D-I-D-I-D-I, Irgendwie sowas. D-I-D-I-D-I-S? Habe coole Ex-P-A-L-St-A-L-S-F-G-CH-B-G-S-B-B-S. Coole... Das kriegen wir das ja auch noch, das ist die Handvoll. Okay. Bo-G-D-M, bist du da? Ja, bis er. Oh mein Gott. die aus 14 das ist meistens von dir könnten aber gar nicht mehr schreibt hat muss spüch dann tut es mir leid auch wenn ich kann kein mikro los mehr schreibe ich will abwehren also Polar Bären und Prozent der Geile Gäste schade kann ich mitspielen der Grund ich ist ich brauche ich bin nur online so gut so gut wie er auch immer an und so gut siegut ich hatte YouTube er ist es ist schon fast war er kann man nicht stark ich bin die Grundlage der Schatz so oder so könnte ich nicht mit Prozent Ja, das Problem ist, du musst mich über Microsoft dann enden und ich mag es nicht, wenn man mich über Microsoft endet. Leute, ich schwing die Nineties mit den Dingern. Leute, mache ich gerade wirklich dreijährige Geräusche, wie ein... Michael Ola schreibt, kann ich mitschwinnen? Jo, du kannst gerne mitzocken, solange keine anderen mitzocken wollen. Schaut, das kann man einfach Goldempfehl machen. Hä, ich finde mein scheiß Haus gar nicht, Mann. Leute, falle jetzt einfach weiter. Lisa schreibt, sorry, mein Tastatur ist auch egal. Hashtag YouTube lost. Bei mir schaltet auch immer einer an und aus. Manchmal sieben, dann sechs, sieben, sechs. Und jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf. Juhu ist okay. Lisa? Leute, ich habe da ein Gefühl, dass ich eine Tastatur. Ja, ja, ja. Ja, es sind zwei Lisas auf dem Server. Juhu und noch ein Tastatur, ich und Anna. Wenn jetzt mein Boot weg ist, Digga. Oh, zu. Da kriegst du die Aggression. Ja. Will ich schreib hashtag YouTube lost? Hashtag Mikrolob. Nein, ich sag, ich soll, ich schreib, ich sag nicht so, ich sag nicht so, ich sag nicht so, ich sag nicht so, ich sag. Ach, okay. Okay. War hier schon jemand? Bill, jetzt bleib mich zum Nickstäf YouTube lost. Ja. Mir fällt gerade erst auf, dass ich ein fucking Schild habe. Mir fällt auch gerade was auf. Elfzusch eurem Schild. Mir fällt auch gerade was auf, weil wir sind zwei Creeper. Nein, mir fällt gerade was auf. Ich war hier schon mal. Soll ich euch mal was zeigen. k k was er hat er in der Luft gejagt und das gilt noch dazu was geht blocky Archer schreibt Mikro. Ja was ist Archer? Na da ist hier irgendwie was? Jo ich schümmel seit 35 Minuten jetzt geht das Team aber rund soll ich mal? Nein 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 Au auch warum hat er seine Tasten gerade durchspamst k k k ah du kommst du kommst zu mir? das ist ein Schwein mein Haar warum? ich bin so fies oh mein Gott kennt Juhu die Regeln? Richard Ola schreibt Hallo Moin ich mach mir grad dir in dein Haustier ähm ich bin schon nicht äh schnarrt heißt ja ja was ist also bei Juhu ist grad ein Creep explodiert Juhu ist ganz nah bei unserem Haus äh äh ich erkunde gerade ich hab ein verrottetes ähm äh nether portal gefunden äh bei mir ist grad ein Creep da könnt ich mich bitte weg machen wo ist ingame Hund Billy ähm der Billy der ist äh auf auf meiner map drauf der ist äh der bewacht gerade sogar netherite ziegeln äh äh ingit da musst du sehr aufpassen äh Billy so plups Wurzel scheiß Skelett so Leute ich hab nur mal schnell ne Base abgeschaut die am Ozean liegt du ruhl wir haben selbst ganz wenig essen also 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 such woanders oder mach dir selbst was ich verstehe ja wutzig er schreibt einfach so random den ganzen Chat voller Katzen äh da oben ist dieses kack Skelett please ich hab keine Rechte und das musst du nicht machen bei dir wenn du gut zu unserer Base geht dann töd ich ihn neger der ist ehren Juhu ist genau bei unserer Base Juhu ist nicht ehren sondern ich weiß 12 Zuschauer was geht Juhu du darfst nicht bei uns sein der verstößt uns aber gegen die Regeln ja 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 aber ich habe Regeln geändert los die Niklas schreibt hallo Penny Gloss Billy macht mit keine Punkte mehr schreibe ich brauche Mod doch noch blockiert blockiert also bei mir werde ich alle direkt geboren man stirbt nicht an einen Mikro machen das Lechtgift at all at all oder ich mach so oh nein der Arme Leute ich hoffe er hat den Stream antwort mich wenn du äh denkst Hunger hast und sowas dann geh einfach fahr bau deine eigene Base auf mach deine Farm wir haben uns auch selbst aufgebaut Leute Prank Prank mich ja einer einer kommt immer rein raus nein wir haben jetzt bald insgesamt über 10 Stunden schon auf dieser Welt gespielt also ich hab zu viel geschrieben schreibt Blocki ja Blocki da musst du nicht wollen bis hin ich bin jetzt auf die Ehe ich geh auf Schweine ich bin jetzt auf die Ehe äh ich hab zu viel geschrieben ja okay los geht äh Lika schreibt Moin Arthur Moin Arthur sag ich dazu nur sie haben die maximale Schrift äh erreicht und Arthur schreibt auch Moin wenn es auf YouTube gibt dann müsste es ja gut schon haben Moin Arthur äh 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 Konstant Apel hat mich eingeladen auf Minecraft gleich laden ein einzelne Chat wenn ich noch eine Base griechen soll ich meine noch eine Base besuchen soll Billy ist bei mir und schreibt WUF gesucht WUF gesucht ja bei mir sind ganz schöne wir haben uns jetzt ist aber auch gut ich habe 200 Kommentare man da bist ein Creeper man ja WUF wollen wir zusammen farmen Juhu ach so Juhu 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 sie kann hier auch noch unser Feind sein Billy hat schon WUF gesucht und so weiter bla bla kann ich auch wieder fördern meine süßen oh Leute endlich habe ich Festland erreicht seit 10 LOL und hier ist direkt so ein Überfall gedöhnt aber ich will daran nicht sterben weil ich nur eine Diabosplatte habe jetzt habe ich leider keine Koronen mehr mein Lieben hm Billy schreibt mein WUF wird gesucht in den Chat ah ja oh Leute ich glaube hier war noch niemand Archer schreibt Fragezeichen die Ampel Ampel des Todes jawohl des Todes Todes schnitz doch ich habe so Angst dass ein Blitz hinten mir einschlägt Digga alter oh Hundis ich habe sogar Knochen ja ich habe eins zwei nein oh drei Hunde wie soll ich die mitnehmen das ist nicht mein Problem creeper da kam einfach gar keine Karotten raus von Spuhl komm meine drei Hunde der gewalttätigen gewaltfreie Bugs Niklas Knipping schreibt was gehts bei ihm geht nicht viel bei ihm geht nicht viel bei ihm geht auch nicht viel aber bei ihm geht viel hä was 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 das ist nicht das YouTube schreibt Mikro hab schon dich meisten warte mal Mikro hab schon die meisten aber muss nicht warten bis mein Onkel kommt weil man die anderen über PayPal kaufen muss was und ich habe kein PayPal was ich habe auch kein PayPal aber auch egal hab schon die Meister achso achso er meint das mit dem du weißt schon ah wo wir gestern die ganze Zeit gesprochen haben mit ihm über Big Mac ja und statt der Tester muss er welche mit PayPal kaufen und er hat kein PayPal Wurf ist scheiße ja Wutz jetzt fang nicht noch mal Streit mit äh mit Dings an ähm Creeper Creeper oh man mein Hund ist mein Hund oh mein Gott ich halte noch nicht mal an mein Hund Creeper oh man ja Wutz machst du dich noch unbeliebter ey Stellertest ja weißt du was ich nicht verstehe es ist ein Zombie bei uns in einem Baum gespawnt was und ich verstehe es nicht ich hab jetzt locker schon in dieser Welt 5,10 oder 16 Eier geschmissen immer noch kein einziges Küken rausgegrillt blocky schreibt ich kann wieder schreiben juhu ey Digger dieser Regen der nervt schon seitdem es regnet was mein Skin ist äh mein Skin ist der hier warte der hier ist mein Main Skin ich muss mal schnell was gucken auf der Playstation ok ja weil manchmal wird's auf dem Handy äh Ausschritte ich bring diese verdammten Creeper um die hat unser komplettes Beet in die Luft gejagt Leute manchmal ist es halt so ähm der Test manchmal sind auf der Playstation mehr Zuschauer ja unser komplettes Beet wurde in die Luft gejagt wenn's nur das ist von nem scheiß Creeper Creeper oh man Fick in den A was Mikro mal Katzen ja ich mag wirklich Katzen oh nice Mikro ich hab noch mehr Bücher also ich hab Bücher gefunden nein weißt du was ich auch mag ne das Ausdruck zu drehen Arschböre bekommt die als ob ich die so leider äh Niklas Kniemi also Losgans äh schreibt LOL Mikro mal Katzen oh mein Gott er hat äh ja auch einer ja ich hab eine ich hatte sogar zwei Alter aber die zweite wurde leider was bei mir ist Huskylehrer drinne wie viel Lack kann man da ab oh ich komme gleich ok Huskylehrer ist drinne alles gleich Leute ich guck mal ich hab jetzt wo ist mein Babyhund oh da bist du du hast nen Hund ja ich hab drei hä ich hab drei Hunde ich hab fluchte dich äh dann brauch ich ein eigenes Zuhause er hat ja auch eine und Bibermatt Bibermatt warum hast du Huskylehrer blockiert hä alles klar wahrscheinlich oh Leute ein bisschen Brot ok Leute ich brauch Sticks ich bin so ein wenig ich weff Leute mit Hundescheiß ab ich wüsste mich gleich was so äh oh man Leute ich brauch Holz und ich hab kein Holz aber hier wächst Holz alter Huskylehrer wurde für 900 Sekunden blockiert Niklas schreibt du hast doch auch ne Maus oder ja ich hab auch ne Maus ne Maus Digger ihr wollt nicht ihr wollt nicht hören wenn jungkriege ist ähm ähm das ist ein Hamster Digger weißt du hast einer ah 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 so hören sie das wirklich oder der jungen schreibt mich mit dem stream an der kotzen was machen die villager was machen sachen also der villager hat gerade auf dem arsch mongolische wüstenrenmäuse und hamster sind nicht dasselbe das nicht ansatzweise mal nicht nachfragen immer wenn perverse sachen kommen dann schreibt ihr wo es immer so kommt zum karton mann kohle mongolische wüstenreinmäuser hat viel viel längere schwänze ja der fest links kann komplett falsch wie mikrofon wenn sie sich hier schlanker und kleiner und das ist ein paar unterschiede haben sie sich damit auch fest also erwürgen sie damit auch um gegner mensch hat er ist ja ein bisschen muss man herauskommen hatte wollte ich mir das kürbiskuchen habe ich noch nicht freigeschaltet wofen ganze chat ist voller katzen wofs super toll 250 kommentare 200 sind davon gespand ich achte schlechte kommentare nichts davon gespand guck mal die spiel empfangen nein du hast ihn umgebracht wenn du mich jetzt auch umbringst kommt meine hunde des todes wir gehen jetzt erst mal auf karotten fahren und warum regnet so gewinnert die ganze zeit da kriegst man auch einen anfall was machen zwei villager in ein haus wo ein bett ist nicht nachdenken hashtag haski lehrer ist schade warum beleidigst du deinen lehrer vielleicht bist du sogar ein haski und leute 29 ähm äh zuschauer 29 apple fällt dir nicht nein ah ok gut weil manchmal braucht man ein headset und so ja der einzelne chat wenn ich in der höhle gehen soll ok ich gehe in der höhle nice dass ihr alle einsträger in den chat geschrieben habt geil oh geil oh sieht das nice aus achte schreibt noch nach dem stream irgendwas ich hab's jetzt aber nicht gelesen ich hab meine eis ist zwar jetzt nicht das meiste was im waldscherz steht aber ich nicht damit die ganze sind husky lehrer ist sch... gehe jetzt wegen den katzen bei schnappi maxi 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 schnappi 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 runtergegangen boch ochsen niklas was mein zuschauer los geht 6 zu euch was stellte fest ich hatte bis jetzt nur nicht einmal neun oder acht zuschauer die kommen woher kommt die exe digga es legt zu hart 300 die leute 3 eisen und 38 gold er kommt ich muss auch los bevor mein lehrer kommt mein lehrer ist da und ein bisschen huren was leistiger ich habe goldene carrots ein halbes herz weiß was geht es den zuschauer willkommen alle raus wie bin ich gerade gestorben ich hab mich doch nur hoch gebaut ich dachte mir kurz schnell eingegeben nein auch digga ich bin am arsch der welt gewesen bleibt nur wenn keine katzen mehr gespam werden ja jetzt hör auf tatsächlich mal das passiert auch mal ja wutz tatsächlich mal mit nimmst du null zuschauer wisst ihr noch wisst ihr noch wo ich heute gesagt habe ich gehe heute noch vollgas live und nicht mehr anderes ja wo dann doch nicht mehr ich hatte wollte mit mikro ja schnatterst ey ich so die ganze zu 23 zuschauer ich bin ertäuscht ich hatte null zuschauer hat verlassen hat verlassen äh niklas hat verlassen jeder verlassen äh mxk 0409 hi kann ich mitspielen ähm kommt davon auf was du spielst äh ich glaube du warst schon 10.000 mal im chat ich hab's wieder vergessen so dass wir jetzt immer wieder kunden weil ich hab keine bockung schnell testet bist du hast du billiges sehen er muss in die hundeschule nee hab ich nicht schreibt haski lehrer ja haski lehrer digga äh wurde von billig gepackt Michael Ollas schreibt 1 äh Michael du also Ollas keine Ahnung du wolltest doch mitspielen oder da kannst du jetzt noch mal respect kannst du jetzt Quanten weltans öffentlich noches IN Sverige schreibt oder was kann man moin 000 viere was null vira 0 im screen leute ich hab ihn perfekt leute ich hab einen grasblock da läuft einfach nacktes schaf rum geschäftes wahrscheinlich geschäftes ich bin konstant ampel ja ich weiß dass du ampel wirst Prozent bei Schnapp und ich habe ein Schwert gedobt er ich kriegte einen Anfall ja äh ampel du wolltest noch mit spielen ausgereiert schreibt äh boh boh zum Beispiel mal TP'n Dankeschön will mich dieser scheiß soll mich jetzt verarschen ach so ja ich PLTP nicht zu dabei ist wer schneller test wo hin darf ich Leute blockieren ich hab ihn beinahe gekillt Mikro ähm ähm ja wutz wenn du welche kickst gut ja wutz so ja wutz Moderator entfernt so Leute wer war krieger hinter dem Baum oh ich hab halbe Herzen verarschen ist doch gut ja wutz hör doch auf einfach so welche zu blocken Digga der wollte doch mitspielen hier Schweinefleisch Schweine nein Spaß kommt auf draußen die Freiheit meine Schweine nein Spaß billi soll in die Hundeschule jetzt muss denn irgendeiner da ähm Mikro äh äh wir müssen schnell das Ding zu machen äh wir müssen in das Lager zu machen ich bin so cool Mikro kannst du Bücherregale machen ich hab ein paar Bücher ich pack die mal in der Truhe rein hätten die Truhe voll ne noch nicht nein na egal ich musste eh eins töten Mikro wie kannst du einfach mit Fleisch Ah lol mein Gaming Welt NG YouTube Schildes steht hier immer noch Digga Maxi dein Ernst Tavi Maxi hat jetzt weiß ich wo diese scheiß Bliebe herkommt du hast eine Stream Kindheit nutzt diese nicht wie die ganzen Fortnite Kiddies glaubt mir spiel Minecraft immer weiter ähm ja ähm ich will ich spiel Minecraft äh ich will ja spiel eigentlich kein Fortnite ähm ich bin so voll geil als Minecraft am meisten gerade und vielleicht aus der Miene kommt wie Viecher immer keine Sorge Fortnite aber hast du ihn Max schreibt aha hoi moin ja wohl es gibt im Morgen wieder Mods jetzt bist du zu weit gegangen du bist zu weit gegangen warum hast du hier in Hafe scheiße geschissen das muss erstmal so sein für den Notfall Flick oh Billy hat Hundelehrer für überblockiert glaube ich die ganze Schätze ist mit Billy hat den und den Billy Wuff wer noch fehlt ist das grüne Boku die scheiß Schaufel wieso greifst du mich an es ist Tagspinne ich denkst halt ich muss sagen Spinnen sind die schwächsten Gegner im Spiel die halten ja nur zwei Hits Hundelehrer Hartowski für immer blockiert Creeper oh man was ist das denn hier für ein hündengekacktes Stück Haus das ist ein Village Haus ein Haus für Village ah wo sind die Leute die Fichte muss leider weg ich bin selber erst 16 aber trotzdem spiele spiele auf wie der Minecraft Hypixel wenn du äh das kennst ähm Hypixel habe ich gehört da kann man auch irgendwie er wird mich umbringen wenn ich jetzt das sag irgendwie Bad Wars äh 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 Egg Wars er kann selbst nicht mehr auf Zauern spielen ich bringe ich euch um wieso hast du Gold egal ich bin halt ich hab ich bin halt reich 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 ok was ok Mikro sagt er reich ok und schwarz schwarz werden das jetzt mal so leider das war ein Furz habt ihr den gehört zack fast zu dir was willst du warte schnatterst ja hast du sehr gut essen ähm 31 ich kann natürlich noch die Schweine hier killen ja so ich kann natürlich dich noch killen ja danke schön mein Schafes lernt mal diese scheiß mann oh Digga sei jetzt ein Huhn Hypixel Skyblock ähm und das erste was ich seit über 17 Eiern gezogen hab Leute jetzt hört mal auf hier die ganze Zeit zu bannen Digga sonst werdet ihr gleich gebannt für 300 Sekunden und dann ist das mal Ruhe im Chat Digga ich hab acht Zuschauer der ganze Chat ist voller Dings und Dings gebannt ich hab das auch mal ein Video gemacht Leute oh Leute das tut es da drin Haskelehrer darf kein Mod bekommen der bekommt auch kein Mod machen gibt es gibt es auf der Playstation 4 auch Caps oder wie was ist Caps ja ich brauche mich dazu Leute an alle die noch nicht abonniert haben lass doch mal gerne ein Abo drauf schnell fest ja ne war denn einmal ich hab ja gerade aus der äh Kiste getroppt ähm ja kannst du was da reinpacken dann kannst du äh vielleicht irgendwo hochziehen oder sowas ähm ich mag nicht hochziehen von einem Abgrund zum Beispiel ja Abgründe mag ich sehr ja wohin also aktiv spielen um weiter zu kommen Shadow ja ok ich soll ich bin nicht so ein äh Fortnite sag ich schon ich bin nicht so ein äh Minecraft Pro so wie siehts aus wo sind die Spiele die sind eigentlich gerade alle auf der Kante das go Digger Raiden Digger was wurde jetzt jetzt ist Haskelehrer für zwei Stunden blockiert was war es auf einmal wieder komplett Haskelehrer Leute soll ich gelb töten oder hellgrün ist in der Nähe von uns ok ich töte hellgrün hoffentlich ist es die Hu 6 Diers warte mal ich habe ja moin bei uns haben sie 6 äh netherite Löcke ich hab 3 Diers die haben hier raus gebaut ich töte den bei du kannst eigentlich bauen wo du willst es ist juhu man nein gelb ist äh nein das hab wir jetzt nicht abbauen das äh hab ich erlaubt was bedeutet ich will den typ töten der hier in der Nähe ist Diers oh der ist hier der ist hier der ist hier der ist hier der ist noch ein Haus der ist bei mir schon wieder hallo stadt das ist allerdings dieser verboten zu killen voll langweilig ich bin ich, lass mich Mikro Mann, wieso darf man hier nicht killen? Hast du auch mal los mein Zeug gesagt? Mein Fägen geht rum, irgendetwas für Leute zu töten Bin ein Arm und laufendes Arm und laufendes Stadtest, mein Fägen geht rum und töte Leute, Hauptsache es sind nicht unbedingt Nachbarn Mikro, ist das dein Ernst? Hast du meine Karaten geklaut? Nein Komm her Junge, jetzt gibt's Krieg Ja ok, ich hab äh, Diamantschwert, komm her Ich hab auch ein Diamantschwert Ich hab Enchanted Ich auch Und Schnelltest, wir sind Mates aber ok Wir haben das lange umgebracht Ey Schnelltest, Schnelltest, wir sind Mates, du darfst mich angreifen und ich bin der Servant, wenn ich darauf klauen was ich will Vollwachsen mit Karotten, Nachwachsener gefühlt schon seit 10 Jahren Ähm, Lisa ist nicht bei uns in der Party Oh, ist es einfach Ne, ne, ja, aber ich meine jetzt die Lisa, die 2 Lisa, Lisa 2 Hättest du jetzt Fleischkühler D-Gemacht, Digga wäre ich aus dem Server raus und der wäre jetzt auf meine Map gegangen So Leute, wir paaren die Schweine natürlich wieder Dann machen wir wieder irgendwie Wachstumschweine und keiner Ich hab dir auch nichts dagegen, wenn du bei mir Karotten nimmst, ja Ich hab dir davor auch ganz viel Essen gegeben, also mich werde ich jetzt mal nicht über 7 Karotten Ich hab nichts beschwert, ich hab gesagt, du kannst ruhig nehmen Achso, man versteht dich relativ so Das sind meine Karotten Das ist ein sehr ernstes Problem, Karotten Das sind meine Karotten Karotten sind ein sehr ernstes Problem, ja? Ach, ne, Digga Mann, wer hat mein Bett abgebaut, Digga? So nervig Wenigstens war ich gerade Wo ist mein Bett, Digga? Wo ist mein Bett, Digga? Also ihr könnt meine Erbssachen gar nicht klauen, weil ich es eh in meiner anderen Kiste habe So lecker Mikra? Ja? Komm mal her, bitte Okay Wuff, 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 wuff Komm mal her Äh, äh, kennst du Joey's Jungle? Achso, ja, schreibt Loki, ähm, ja, ich kenne Joey's Jungle Wo ist ein Dschungel? Wo ist ein Dschungel? Wo ist ein Dschungel? Achso, Dings, ich soll es Jonas einladen Oh, oh Mikro kannst du mal kurz so darf er beitreten und äh, kein äh, random? So hat er mit eingeladen? So war der Wasser nicht erziehst er? Mikro, warum darf er beitreten und keine äh, außen stream? Hä? Wieso darf er beitreten und keine äh, außen stream? Das ist einer außen stream Und warum ist das stream? Aber er ist drin und er kennt die Regeln und er hat ja auch schon gewalt. Aber Juhu ist doch auch hier drin, ne, hell? Mikro, Mikro, Wins, Flasch von meiner Chest Was da drin? Nimm dir nicht irgendwas? Warte, versteh' ich nicht Warte, versteh' ich nicht Warte, ich brauche auch Eisen Ja, dann kannst du nehmen Kannst du nehmen Kannst auch, auch was rausnehmen Für, oder, ich mach' jetzt was Na, ich hab' das Eisen genommen, danke So, ganzer Müll hier, keine Ahnung Warte, ich brauche sie wieder ab Ich kann relativ schnell bauen Danke Äh, brauch' ich nen Sattel? Ne, ich mag keine Pferde So, ähm Äh, Chucky Darf ich mitzocken? Oh, du machst ja der Typ, der meine Vase geradet hat Vielleicht hast du halt, äh Vielleicht hast du halt auch kurz die Fresse Ja, was ist, diese? Ich kann's meiner Rede geben, aber da ist viel Lava oder so Na, ist egal, ich hab' nen Wasserheimer Achso, warte mal kurz Ja, dann kannst du Wasser mitnehmen Dann bist du sicherer Stimmt Okay, gut Danke, ne? Ich hab' nämlich den Dungeon zwei Stück gefunden Ich lass' dich dann ein, ähm, Elmar, äh, Chucky-Böge Kannst du die Regeln? Ja, ja Ich bin ja gar nicht drauf gekommen mit dem Wasser Ich hab' ihm die gerade noch im Chat geschrieben, was er, was er machen soll und was er Soll' ich kurz nachgucken? Ja, ich hab' ich wieder zurückgenommen, hä? Ich sag's trotzdem noch mal, äh, einfach nicht grieven Nichts aus Kissen Das, ne, darfst du einfach bauen, wo du willst und einen kleinen Gründen ist auch erlaubst So, Leute, es wird wieder Zeit, ein Schwein zu töten Aber Leo, äh, daaaah, ne Aber Lea Schild Wir haben genug Babyschweine, dass wir nur warten, was ich in den Nachhinein wollte Warum, zur Hölle, ist hier, ach, egal Wuff Leute, jetzt haben die Babyschweine keine Eltern mehr Mein Leben ist ja auch nicht erfüllt Ähm, ihr seid schon zu zweit, äh, zu zweit, Lisa ist cool, ihr dürft nicht zu dritt Meinetwegen dürfen jetzt auch Leute mehr in den, äh, clown, also mehrere Leute in einen Clan Weil Lisa ist cool und dieser, der gerade beigetreten ist, der hat eine kleine Dreckung Ich darf jetzt zu dritt in einen, äh, äh, Clan Aber nur zu dritt dann höchstens Weil, ansonsten kann man easy raiden Das wäre unfair Hör, Digga, wir sind, wir sind, wir sind, äh, äh, also ich bin zu viert Hä? Wir sind zu zweit, aber okay Ich meine, auf meiner Map, hä? Ah, ja Aber hier sind wir nur zu zweit, aber hier darf man jetzt auch, äh, zu dritt Ähm, Nico, kannst mir einen Gefallen tun, wie viel Nesserblecke braucht man für ein Nether-Portal? Ne, weil Blocket 12 Okay, aha, klar Du bist in dem See kein, äh, Geheim Base Was für ein See? Egal Äh, und wenn du aber andere Blöcke, andere Blöcke für die Kanten nimmst Die Kanten sind nämlich eigentlich unwichtig Dann kannst du, äh, also dann brauchst du eigentlich nur 8 So, an die Babyfanne, wie geht's euch? Scheiße, okay So Leute, wer wird doch 100 zu lang Schnapp hast Schnapp hast Ach Nein 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 Binnie Was für, äh, 1 Hatz bleibt je kommentar Schnapp hast du? 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 Nein Nein hab ich correspondence ablos hat mich an und aber die schreibt steuer notification werden fahren egal Kannst du ihn dann zu mir tp'n? Ich kann dir nicht tp'n, Mikro. Tp'n mal dieser Chucky irgendwie, der Lama zu Lisa ist cool und so. Teleporten wer? Wann mal. Juhu, nee, Lama. Lama zu Lisa ist cool. Oh Mann, schau dir der Test. Na, der Test? Ja. Ich bin böse auf dich. Wie geht's zu deinem Fels? Na, gesund. Ähm, ich hab ja 10 Karotten. Wer will jetzt? So, wie viel abgefuckt bist du gerade auf mich, Mikro? Archer schreibt, äh, Mikro. Ja, was ist Archer? Was willst du? Was ist dein Problem jetzt? Archer schreibt, kennst du mich? Ja, ich kenn dich. Du bist, ja. Du bist Mikro. Du bist Nico Weersch. Ach du Scheiße. Nicht die Senden, nein, Spaß. Ät den. Was? Ät den. Ne, egal. Schnauertest? Hallo, 1, 8, nee, 8, 1, Leerzeichen, 8, 2, 7. Schnauertest? Wie ist das, dass ich abgefuckt bin auf dich? Kriegst einen Ehrenmann? Äh, kriegst einen Ehrenmann wahrscheinlich. Kriegst einen Abo, Dankeschön. Hä, ich weiß nicht wie. Und wenn ich dich über Microsoft- so, dann sollte ich das eigentlich ganz geben, euch die Welt verlassen müssen. Ehrenmann, hallo 81. Hallo 81, ehrenmann. Grüße gehen dann nicht raus. Leute, wir versuchen es mal auf Höhe, ja, 12. Warte, meine Schweine wollen ja nicht mehr wachsen. Die haben Angst groß zu werden und dann von mir geschlachtet zu werden. Ich kenne mich aus mit großen Sachen. Nach dem Stream. Äh, nach dem Stream. Achso, ja, nach dem Stream. Mach ich. Alle 8, Zuschauer, es geht. Dies war dein Papagei schon wieder, ne? Ja, ich weiß. Sorry. Ja, moin, Billy hat schon 22 Aufrufe auf sein zweisekundigen Video, weil er mal den Link bei mir ran sein nutzt. So. Ich werde festhalten, so wahrscheinlich danach so 100.000 Aufrufe, meinstum, danach vielleicht mit Loco nach 10 Stunden Stream. Ne, Leute, ich will jetzt ein bisschen Diaz hier finden, oder mal eine nice Höhle hier. Ich will endlich mal Full Dia, denn, will ich tatsächlich mal auf Netherite versuchen und denn rade ich Mikro Space. Nein, Spaß. Wir sind ein Team, das würde nichts bringen. Ja, ich rade natürlich Mikros, nicht Space. Mikro. Mikro. Ne, egal. Das ist ein Spaß. Leute, Mann, das soll eine nice Höhle sein und nicht nur so eine 1x1 Höhle, wo man nur mit Schwimmen reinkommt. Was geht, Leute? Oh. Du bekommst eine 6 Holly. Oh, Billy, du hast eine 6 bekommen. Ich gehe erst mal. Ich habe eine Frage gekriegt. Ich gehe erst mal. Die schreibt das im Team. Oh, du kannst, kannst du für mich mal, äh, mir helfen, dein Ding zu sehen. Moin, losgehen. Was hast du denn? Billy hat, Billy hat ihn wieder gebannt. Du brauchst mal dein Ding. Na, das ist halt mal kurz, ich fasse mal verstehe. Nichts. Fackel, ich bräuchte mal Fackel. Ach, du brauchst Fackeln? Nein, nein. Für den Portal, für den Netherportal. Für den Netherportal, nein. Ach so, dafür brauchst du ne Dings, Feuerzeug. Hast du ne Feuerzeug? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ich darf wieder gehen. Arter schreibt in mein best, warte mal, in meiner, ähm, vielleicht hab ich in, äh, soll ich dich dann abon- Ah, ja, ja, ja. Ich dich dann abonnieren? Ja, ich kann kurz. Billy hat einfach schon 14 Abos gemacht, weil er gestern in den Stream bei 30 zu schauen, den ich gerade gemacht hat. Billy wird einfach zum berühmten YouTuber. Billy bekommt ein Plus. 1 Plus. 6 Plus. Billy wird richtig abgefeiert. Billy ist nur 6 Plus. Ich glaube, ich benenne, ich benenne mich um Gaming Billy NG. Ein Spaß. Gaming Billy. Ja. Du bist nicht mein Lehrer. 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 Ähm, unten. 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 Leute, ich würd nicht Lehrer sein, weil Billy, äh, Band gerne. Hinter dir. Hinter dir. Danke. Danke. Achso, ich hiebe es dann einmal wieder, aber da, pass auf das, Lava, Lava, Lava. Den hab ich dir geschenkt. Achso, okay, dann gib her wieder. Danke. Every day. Hey. Äh. Warum hast du mir komplett weggefetzt? Äh, lass doch mal ein Abo da. Nein, wenn du mich tps, Digga. Ich spring dich um. Schneller Test. Wohin? Mikro macht das nicht. Mikro töten. Nein, Spaß. Wohin? Mikro töten. Schneller Test. Würde dich nur EZP'n. Du bist viel zu hässlich. Nein, Spaß. In meiner besten Welt hab ich ein Netherite. Ähm. Barren. Achso. Ein Netherite Barren. Achso. Ja, moin. Bei uns, äh, bei meinen, äh, Schöttiger. Die haben einfach zehn Netherite Glocke. Ja, so. Keine Ahnung. Ich hasse Kies. Kies. Ich liebe Kies. Mein Lieblingsherz. Mein Lieblingsherz ist Kies. Ja, also mein Lieblingsherz und Diamanten. Na, all right. So. Ähm. Hassgelehrer, du stinkst. Schau, das ist nett seit einer Stunde. Hab grad mal hundert Kommentare, äh, Live-Show-Kommentare. Digga, weil wir sind auch 10.000 gespampt. Mit Wurffeuer und sowas ist keine Ahnung. Mit Wurffeuer und sowas ist keine Ahnung. Achso. Leuchtfeuer biegen. Ah, ja. Achso, ich dachte, ich kann's das ganze Zeit nicht lesen. Moin, Michael. Sie wär's. Schön, dass du da nicht wieder dabei bist. Ich dachte, bacon. Keine Sorge, Leute. Äh, keine Sorge, Michael. Äh, Michael, du wirst nicht mehr gewandt von ihr. Na, woots. Na, woots. Na, woots. Na, woots. Bandtisch. Oh, Leute hör dir hier. Digga, ich will jetzt die Höhle finden. Konstantabeln ist so los. Na, woots. Bennett, Sas. Ich wür hub' ό. Na, woots. Neh! Ja, ne Höhle. Das wollte ich sehen. Putz weiter, قotantabама. Werder mein Anna das Lagerfeuer, Lager, Plann tercerst. traurig der Lagerfeuer hat vielleicht schon seit dem ersten Zimmer, aber macht es nichts auf welche Schwierigkeit hast du gestellt? normal ich glaub's auch ne jetzt mal wirklich von 10.000 Leuten an dann einfach vor uns schnell das ist angegriffen Bombe oder einsehne ich hätte, wenn ich hier die ausfinde muss kurz los ok Bloggy Alter Digga, was ist das für ne riesen Höhle Digga Leute, wir gehen jetzt auch mal wieder erkunden bisschen weiter runter hier nice, hier ist nichts Leute, wir gehen erkunden und Schnelltest macht irgendwas und keine Ahnung Ich bin in der Höhle Yo Leute, ich bin einfach aus zu großem Höhlenfeind finde ich cool richtig tolles Game Leute, ich weiß, dass das nervt auf die Höhle wie ich mit dem mein gottischer Test was von 108 live chill kommentaren ist auf 109 gestiegen gut krass 119 Abos wirklich Leute, stimmt was geht Leute dankeschön da hat wohl Dings die da die gerade drinnen war die gesagt hat ich soll Minecraft spielen abonniert glaube ich oder 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 dieser dieser Wolfhundejäger da du erpasst ja nö zuschauer 1 plus in Bann Alter, was ist da im Hintergrund Digga ein Papagei das ist halt so jetzt kommen wir noch Hunde das hört sich schlimmer an als Klonkriegers Hamster ja sorry das ist halt so na ok da muss ha 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 ah ha 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 noch ein Emerald lot 2 an einer Stelle ha ha das hört sich so an als als ob da welche was haben ha ja da ha um verpackt da haben aber als er zu behaupten Prozent Prozent hier ist jetzt schon Prozent da Prozent da ich bin ich habe nicht kommt auf das Leben Prozent die Probe das auf die die Erkennung die Rasse das Projekt bei Vögeln Trocken erschossen der Luftgewehr ausgenommen Prozent er ist leckert an den Kielfisch an ich bin schneller fest und ich habe den Lachflash auch noch so eine decke decke der kenne eben so so auf dem käfig zu decken das sind warum scheitern kann er auf dem druck okay man oh nein die hunde rassen richtig aus jeder hat vielleicht gerade ich habe gar kein fleisch ja gut mega tolles geschenk für kinder Papagei nur jetzt auf dem schluss gestellt im 6 Minus für kein Mod geben Gaming Welt Hunde Dings das Ding ist ich hab schon genug Mods hätte ich noch keine dann hätte ich vielleicht mal gegeben ich kann nicht jeden Mod geben Willi, Illi und Silly bekommen bei mir gar keine Mods ne das sag ich mir nicht äh wie bekommt man eigentlich Bücher? ne ne geh halt zurück was dann? wie bekommt man Bücher? hey Schnauptest hat wieder jemand mir nur noch geschrieben? hätte ich aber nein hätte ich hätte ich ich hab's ich hab's nicht gesagt aber ich war einfach zu dumm um das äh und den Namen nicht zu sagen vertrauen wir sowas nie wieder an Schnauptest schnauptest ja sag einfach nein darf ich nicht darf ich nicht oh ha 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 da hat er reingeschrieben ja das sagt die Wahrheit ach da wirklich 1 plus für Mikro wirklich guck im Chat guck im Chat mein mini mimi gay mimi 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 dabei bist oder dabei was sich überall ist er nur der kiesmann was ist das das ist das leben das ist das leben das wurde der erinnern das kieser und hat zu erklären was du ungefähr unserer basement das wird vertrauen nie wieder ich bin da reingefallen ja ich sehe nicht auf der karte alles schnell das was machst du gerade meinen guck und stimmen ich bin aufs Meer ich bin aufs Meer gestoßen ich glaube ich bin gleich auf was anderes gestoßen was so leute ich mich nicht so gut nein ich hab das nicht gekriegt krieg mir ein kick der stadt oben nicht ausgestellten stand oben nicht äh ding ist noch ne kannst mich ja wieder einladen ich mach euch ob hier schon jemand war oder was aber gekriegt wegen der mitte hat keine ahnung haha das gibt manchmal digga was ist denn schlimm warte kurz ich bin kurz weg ja ok no skin ja ich bin jetzt so keine ahnung ein paar mal auf dieser welt sagen wir jetzt mal so keine ahnung insgesamt stimm ich hier so mein ganzes leben vielleicht zwanzig mal auf der welt jedes mal ein paar stunden sind ungefähr keine ahnung 48 stunden 20 stunden wie so insgesamt vergangen naja ich krieg einmal über der welt über als ein fucking burgen weil so scheiße äh kannst du mich jetzt wieder einladen habe ich schon kannst du bitte slash gif oder kannst du dich kurz zu mir teleportieren und mir ein bisschen holz geben weil ich hab keinen bock jetzt noch mal hoch zu laufen bitte ich brauch nur ein bisschen mach ich bin mir um richtig der mp um dann gib einfach slash giften holz äh stellen ja ich bin grad in mir dann werde ich gleich gehütet oder ich kriege schaden und dann werde ich gleich mit dem scheißmen nü raus mach ich gleich wenn ich anhand bin tschüss sagt dich guck mal was los geht mir äh für den link im chat reingemacht schatz wasser yo 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 das hat er bei uns reingemacht wenn ich diesen spost einmal wenn ich diesen spost einmal im kopf wenn ich diesen spost einmal im lebensseliger dann stelle ich ihn ab da dachte ich schon mal kannst du mir bitte erstmal helfen ich bin immer noch bei dir in deiner fern ja und ich bin irgendwo am Asch der Welt lauf einfach raus ach man ich brauch holz so slash gif schneller gif denn schneller test mit lab hast du ja und ähm dann musst du holz irgendwie in englisch machen keine ahnung schneller unterstrich test genau dann leerzeichen denn holz wir haben schon und das unterstrich wenn dann unterstrich steht irgendwie im wort das steht dann dort oben wird das ja angezeigt wird alles herr stecken ähm mikro darf ich vielleicht deine schweine füttern ja darfst du aber wenn du machst das tor nicht direkt zu ähm ja dann muss ich tp'n weil ich weiß nicht was ich machen soll und dann machst du einfach wenn es keine richtigen holzstämme sind dann machst du äh 30 und wenn es holzstämme sind dann ja moin wir haben einfach ein 4er was geht hier denn los mikro digga der ist so unlustig digga slash gif ne ja dann gibt er mir einfach ein scheiß boot schneller test mann hier gibt's kein so holz ok wat mann ja oa k oa k gebe ich ein da kommt oak boot oak sides oak strings äh und da kommt ganz viel mit scheiß dach und da kommt aber kein holz was gibt man nur wo da ein hey leute 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 heute leute zog gut auch an kommen wir bekommen der wenigstens noch eine hausruppe es sind zwei zuschauer bei mir die jahr reichen holz ach digga die sind alle bei der hüpfte ein diss track raufgegangen weil ich nur zwei 8 hast die lehrer ist ja und ausgeniegel hat 99 also micro hast die lehrer findet dann das track nicht schlecht wahrscheinlich kriege ich direkt wieder nur des likes auf diese scheiß video und auch nur irgendwelche kommentare haha geiles video aber trotzdem das like wenn du das bett abbaust und dann direkt wieder anpflanzen aber bitte viele karotten und weniger verheizen weil ich glaube schweinefleisch weniger weizen nein sehr viele karotten aber weniger weizen weil ich gehe auf schweinefleisch und ja ich greiche kann ich ein vielleicht aber da kann ich einen aber da langer haben ich bezahl dir wenn ich kreativ gehen soll uns immer ein geben soll und wenn ich steig mich rucka ja doch sachen warum habe ich jetzt hier gerade ein hört auch immer welche scheiße mein links hört auch irgendwelche trends platzierung in rein zu packen waren jetzt hat auch die zuschauer und gleich so eine million zuschauer schnitt hast eine millione abonnenten das hat von mir noch ein bisschen noch zugegeben als sie gehen warum habe ich bisschen mehr gemacht okay danke aber ich will gerade nach unten ja meinetwegen äh mich hier kannst du ein villager von mir kriegen aber erst gleich ich gehe in die schule hundeschule tschüss denn ich habe einen linkakt mit dem schule wurde überredet der wohl überredet das eine 1 gekriegt geschehen ich könnte jetzt in 6 100 noch dritt tschüss online gehen beide wirklich jetzt d es hat der mega 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 lange gehalten dass der parakei die schnauze gehalten hat direkt auf eisen gestoßen mann leute ich weiß nicht irgendwie bealtete komplette übersteuerung da gerade das schlimmer ist zwei wirtschaften vier diamanten natürlich die frage ist was zu trainen wenn die bücher trainen oder so dann ist das mega ein geiler tausch kurz gucken ich wollte einfach zwei reine uns sogar eine kreative mikro vorhin konten ampel und ein sie durst drinne will dies aus videos drinnen oh nein der ganze schritt verlässt also der schatten hat nur lachs meilig ich habe heute ich habe heute wirklich sehr viel ehre aus dem grund richter von mir noch ein bisschen was aus kreativen und ein blocky sieht jeder ist online sogar los geniegt hat niklas hat es getroffen nein ich habe mein schwert weg gemacht aus versehen und schüttel schützt stelle so vor ist die du gehst bei montee irgendwie rein und so und schreibt und montee weißt du gar nicht von was er redet also der zweifel ist scheint so als müsste ich wohl wohl auch mal schnell die erschwert nehmen und dann noch mal ganz kurz ein verzauberes table machen weil ich mit dir schlecht aus den gelöscht habe wer wie heißt er also welches profilbild hat er s e e d o ich habe nicht geguckt schreibt da totems o wer ist die du das einzige guck bitte malka aus nur 44 schneider test ich hab jetzt vier tiers was machst du jetzt jeder ich will ja nicht sagen ich hab zwei schneider test jetzt hab ich fünf ich hab einen halben stack auf meine schwelle mod gegen eine million zieht das hat aber auch mal geschickt äh äh zieler den größten mod mikrogeplänen mod äh zieler ist jetzt der letzte ich finde sie du es wirklich witziger charakter äh moderatoren zufügen silo wenn du aber nicht regelmäßig im chat bist dann nehme ich den mod weg so super zweiter flex und vier likes finde ich richtig cool wie viele dinks hast du ähm ich hatte warte ich kann ja mal auf playstation gucken fünf ja auf mein tablet ist immer einer weniger da sitz sitz ja okay sitz dann schreib jetzt mal die eine million zieht bitte in den live chat danke ist das denn ernst ist das denn ernst ist sie jetzt in meiner in meiner höhle ich habe keine ahnung hat abonniert ja okay kriege ich dann mod blocky schreibt auch kriege ich mod ja meinetwegen kannst du auch mod kriegen ah ja mikro sagt zu sie du ist der letzte ha nein ich gebe dir jetzt einfach mod ich finde sie witzig mikro bekomme ich auch wieder mod kann ich entbarmt werden dankeschön leute okay okay ihr kriegt jetzt erstmal okay leute da ist noch blocky okay okay ich gebe ähm wenn ihr slimy mein chat holt gebe ich denen auch noch was und dann war's das ist das dein ernst wo bist du in meiner höhle leute holt slimy in den chat der fehlt noch schneller test wo bist du in meiner höhle ha wie hast du das gefunden sit 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 was das ist deine höhle schnall test schnall test schnall test schnall test schnall test ja sieh du die ganze zeit jetzt gerade im chat sit 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 er hat nicht gedacht dass die mod gebe und er hat geschrieben eine million joder dafür gibt mir keine saumots eigentlich hat er sich gedacht aber jetzt muss er jetzt muss er zuspammen eine million sieh du ich beend den stream nicht bis da oben eine million steht viel spaß im spam wieso komm ich nicht mit dem wieso ist hier ein scheiß boot das schwarz ist ich bin in einem scheiß block ich sterbe teleporten wer nein weißt du nicht porten nein ok hey wo ist das mein sit 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 leute wer alles im chat ist denn sieht wer gerade drin ist alle und ich meine auch alle hä äh hä wo ist mein Name no skin ender kurz Name wegen slimy hä wo ist jetzt der Eingang what the fuck ist egal jetzt weiß ich nicht mehr wo mein Ding ist jo michael schreibt pp anstatt sie das finde ich cool klar aber ich habe jetzt locker schon über 60 live share kommentare mit nur seeds gekriegt ja digga bei mir sieht es nicht anders aus ist doch geil schweiner schinkler hallo kannst du mal äh den speck beppo in minecraft bauen was ist ein bepp speck beppo wenn du mir schreibst dass ein speck beppo ist ähm dann würde ich es gerne bauen besonders bei mikros haus dass ich ihn pranken kann das werden schlecht warte mal schneller test kannst du mich mal bitte töten ich finde das mein Eingang nicht das ist ja wirklich schreibt die ganze Zeit abwechselt sie mach schneller mach schneller bitte äh das ist so geil äh das ist so geil äh hallo kannst du mir also ne ich beendet ihr es will nicht bis darauf meine Leere steht aber schneller test du kannst du kannst gerne um eine Hölle weiter bahn ja 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 da kannst du das ganze Redstone oder Gold mitnehmen was ich nicht abbaue und Eisen kannst du holen das brauche ich nicht ich auch nicht oh nein wir sind leider keine Karotten gewachsen bis jetzt shit es ist aber jetzt schon kommen irgendwie so ein Block keine Dias wenn wir Karotten kriegt äh kriegt ein Dias nein Spaß ich habe eine Karotte geputiert ach hier war der Eingang wir haben ihn gar nicht also ich verstoß war gerade gegen meine eigene Regel aber ich bin halt auf Karotten suche ich habe elf ja vielleicht hat der der schnelle Test dann vielleicht hat der schnelle Test ja bei deinem Feld ein paar Karotten geklärt aber sonst ist hier ist der Eingang hier warte mal hallo denn niemand hat Karotten würde jetzt noch fehlen wenn Mr. Karotten in den Chat kommt geht nicht muss los ok ok stell mal vor anstatt Silo, Blocky, Slimy, Billy und sonst noch wer äh kommen Chats Digga stell mal vor jetzt würde noch Mr. Karotten in den Chat kommen schnell Test-Post-Flächen brauchst du eine Diamant-Spitzhacke? ähm juhu Leute let's move on the Flasche kommt aber Blocky muss ähm brauchst du nicht gehen brauchst du nicht gehen brauchst du nicht gehen ok dann nehm ich von mir drei Diamanten raus schnell Test ich flext einfach mit der äh Dings schneller Test ja hast du ich glaub Blocky und Cito haben keine Lust mehr Seeds in den Chat zu schreiben denn ich glaub nicht, dass Cito damit gerechnet hat, dass ich ja sage zu wenn ich äh im Mod gebe, dass ich eine Million Seeds krieg mit dem PC wär's mit dem PC wär's einfacher schneller Test ja hier sind meine drei Diamanten hier nehmen die Dach oh ERE ERE ey schnell Test noch Blocky spams Cito kann nicht mehr ja ja dann ist wohl Blocky der Seed King jetzt das tut mir leid Cito so und Diabos starten wir bei Cito Blocky schreibt Seeds mit so richtig komisch ins Money in den Kopf sagen wenn du äh so gut die Werte kannst du auch bei mir nach oben gehen das ist es mal raus ok mal komm her oh die ja Karotten geklaut da oh ich hab noch gerade davon gefunden damit kann ich die Fichte auch verdauen Schelle sich um Tränke geht sich um Tränke geht? uuuhu hab ich was verpasst ähm ähm wenn wir Dias finden ich brauch nur noch zwei Dias für Diaschur den Rest kannst du denn haben Ei? kein Ei? ich krieg ne Anfall ok dann suche ich mal Diaschweine ok Leute wir haben wieder Fettschweine jetzt heißt es töten oh Gott ähm ich schweine äh der Speckbappu ist ein dicker Typ der laut einer Legende in seinem Haus 10 Tonnen was? ja ok Leute ich bin auf uns Spam ja ok dann ok dann mach ich das dann mach ich das Mikro ist abgefuckt Mikro hat kein Bock mehr auf Spam so geht's mir die ganze Zeit man bei mir ist die ganze Zeit wuff 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 sie zu hä? ich bin nicht abgefuckt ich bin nicht abgefuckt dass ich hier das spammt ich will ja eigentlich dass die Leute hier spammt gerade ja warum keine Ahnung ich bin so 40 huuuhu schreibt Loki ich glaub ey klärtest 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 Loki hat jetzt so keine Ahnung 30 40 mal Seeds geschrieben kann nicht mehr ja tot durch Amboss Slimey Test kannst du ein Video machen wo es sich alles um Tränke handelt ähm wie um Tränke meinst du das legendäre Honigbeer von Beeren ja Slimey ist drin ne das aber ich denke das neue Account den hier jemand gemacht hat moin Slimey moin Slimey vielleicht ist es ja sogar äh Dings was was soll ich denn da machen Digga das was soll ich da machen bei den Tränke bei den Tränke 5 Zuschauer Mikroband Slime 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 und tut euch Amboss ähm ja servus moin tut euch Amboss wir kommen zu ihm Digga der war schon zu oft bei mir drinnen Digga irgendwie ist bei mir so ein dieser Papagei ist mein ganz 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 kurzes kuchen das Ding ist Papageikometh ist mein Name so heißt niemand ähm 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 bei meinen äh Abos der war schon so oft drin und hat reingeschrieben damit wir spielen darf ich mit spiel er hat einfach nicht kapiert das ist kein dicks sei es leib ist auch bei mir drin ich habe mir das lexat likes wie ich habe 454 abonnenten aber mehr hat das gleichzeit likes wahrscheinlich war ein gewisser billi und slimy und ziel und sonst noch irgendwelche leute geht es halt haben aber ist jetzt auch egal ach zuschauer was geht nicht jeder kann jeden trank braun also machst du ein video wo du bist und erzählt ja ich kann ja sagen ich weiß nur wie man sprungkraft und speed ja ja ich kann genau nachschauen kann die art gibt es leicht hat richtig aus und blablabla jetzt müssen wir ganz schnell abhauen nicht dass sie mich doch sieht und habe ich keine ausrede parat ampel starb bei staub so leute ich muss ja wieder kurz was einstellen deswegen kann ich mich gerade nicht bewegen er wird mir angezeigt dass ich ein zuschauer ich bin der speck depo wird immer wieder in bayern im fränkischen teil gesichtet worden sei sein dort soll irgendwo sein versteckt sein hat eine welt dafür gemacht kannst die nutzen für video ja ok wir haben wir sind jetzt bei mir hast du eine million ab wahrscheinlich eine hülle gefunden bin habe ich an alle die grad mal stream schauen bitte bei schneller test einschalten für mich ist jetzt eine fünfminütige pause noch eine kleine untereinander wir haben jetzt die gleiche fehler fast wenn der hintergrund sich läuft so haben wir haben den gleichen weg zu ich habe ich sage ich habe den weg zur höhe zu dir ja das ist jetzt eine fünfminütige unterbrechung bilder anderen chat gehen bei schneller test oder sowas keine ahnung let's go let's go ja das gleiche merkt geschrien bei mir hast du eine million bei mir ist immer noch 119 der hättest du wirklich der geld ist wirklich eine million abo ist jetzt der ich würde mich umbringen kannst du mich da dann gleich nicht mehr an dem stream nicht jetzt weil ja weil ja why yes so kurz mal schnell test reinschauen bei mir ist das peinlich die gar hinter mir so der auch immer noch im chat geblieben ist alle einzelne schätze danke jetzt ist die kleine pause zu Ende das waren auf jeden fall fünf minuten bitte 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 ich will nicht ertrinken hier habe ich mich ja auch schon weiter gemeint als ob ich mich zwei zentimeter jetzt wird wieder ein schwein machen wegen der welt und den Projekt ja ja auch kann ich dann darüber auch wie das machen über den Projekt es wird stattdessen ich habe ein bisschen in der Schaltung reizung reingemacht mann ich das andere Mikro das ist ein anderer ich dachte schon Kostloch nein das war das von deiner von deinem Namen Hausfüter 8 80 ich bin unbedingt jetzt mal und mann immer wieder ich bin doch ausreden er ist ein haushöhlich hat der einstagsgeschloss und da kommt immer da kommt immer wieder raus ja ja ok macht so gut ist schädelgäme xx was für den das ist auch die äh das ist der Weg zu meiner Rede also da kommt immer Creeper raus, aus dem hab ich die aufgeschossen oh ist das ne Höhle bitte 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 das ist doch eine oder die ist ein Sorbier 1 das ist ne neue, 2 und 3, ne, 4 nice, danke Mikro wird's vielleicht auch in meiner Höhle ja gut, aber du musst dir schon vorstellen ähm, ne ich geh nicht, ich geh in Unwärme fahren lieber geh ich einfach erkunden, das mag ich mir okay Leute, ich geh jetzt einmal kurz kreativ und guck mal, was alle hier so gebaut haben ah ja, Mikro, wahrscheinlich nö, ich flieg einfach mal kurz so ein bisschen rumguck, was die Leute hier so alles gemacht haben und bei mir ist nix besonders, ich hätt noch ein bisschen ein Bild verbessert ich weiß, das hab ich ja schon gesehen, was bei dir alles ist gerade auf Höhle 19, wirklich Dias gefunden? das soll ich vielleicht mein Schild wegmachen, ansonsten kann man schlecht was sehen Musik im Hintergrund haben wohl die Leute abgefuckt, deswegen nur noch zwei zu schauen und ich hab dich in meiner Höhle gefunden, weil es meiner Karte so stand, was so unter mir war ok, die ist die Manager und die Kunst und Ampel Mikro-L, er hat Mikro-L geschrieben, nicht Mikro-Los, nein ok Mikro soll ich immer sagen, wenn, jawohl, schreibt Hashtag Mikro-Lost oder nicht ja mach es mir eigentlich, egal, der Typ hat einfach keine Hobbys von daher äh, ich schreibe, ich sag einfach nochmal denn, wenn er was schreibt nochmal 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 das war's jetzt eigentlich auch, mit äh, von den Häusern mit dem Stream ich hab euch ja das schon gefunden, tschüss so, ganz der Müll hier rein, ein Steck eisenkotter Schmelzeisen ja wahrscheinlich, der ganze Eisen im Schmelzeisen rein hm mhm so Leute, wir machen uns jetzt DIA Schuhe und aus den DIA Schuhe machen wir noch mehr DIA Schuhe lol XD ganze Chat ist voller Mikro-Lost wirklich? ja ähm, hast du einen Ampel-Boss, wahrscheinlich nicht äh, die sagt, ey digger ne, jetzt wirklich ja, hab keiner Ahnung ganz wenige Leute sind im Stream, ja, tatsächlich keine Ahnung, was gerade los ist ich bin eigentlich gewohnt, dass ich die 16... nein, schnell fest die Müllung läuft auch nur bei dir ja, Wutz hat reingeschrieben, nur drei Leute das ist auch egal nein toll lecker ähm Mikro, ich komme gleich mal ja, okay nicht egal, ich spare jetzt auf den Scheiß Ambos Ambos zusammen wovon, ja Leute, wir haben jetzt insgesamt 32 gebratenes fleisch in 3 2 1, perfekt 2 2 3 2 2 2 3 4 1 2 3 3 zurück was soll gemacht hat sich die kolosser schreibt ja das sollte von anfang reichen blöd weil man kein wort hat sowas schreibt na ja gut ich habe gar nichts geschrieben ja ich hab's gesehen blocken er wurde blöd gelaufen wenn man kein mord hat und frechheiten schreibt da kann es mal sein dass man über 1000 sekunden timeout gericht viel spaß morgen wieder einzuschalten die tür aufgemacht ja ich habe der wutz für fast 2000 sekunden gesperrt oder sogar seit über ich habe er ihnen keine ahnung 18 oder zwölf mal geblockiert für 20 sekunden also es hat blöd wenn man kein wort hat und sowas schreibt hat er sich selbst eingestellt traurig so ist geschweine form der kleine kuh hat den nether gegrieft egal ich habe jetzt einfach eine 4 4 4 4 4 4 4 4 4 stadt hat sich einfach 4 4 4 aus ich bin mikro einfach geht zu den jetzt wenn er jetzt gleich 45 steht der oder ich habe noch die 450 knack da ist es dann bin ich so hot kräuter ich höre einfach so dass ich verstehe bei hier soll die leute nicht sparen aber bei mir ist finde ich es naja ist ich finde es nicht schlimm aber ich finde es auch nicht nicht schlimm wenn die leute beim sparen also ich eben aber niemand bei mir aber nicht übertrieben ja micro ich meine das so dass ihr micro dings gesperrt denkt so lange gesperrt dicker ohne meine erlaubnis aber micro micro du hättest in der bank kann aber doch nicht so übertrieben dicker das ist nicht übertrieben ist aber nur die rache das ist einfach kam das kam ans arschloch gefickt wie groß heute ist heute freitag ja auch wie geil dicker juhu magdarm schreibt kannst du nicht zu dieser tippen der frage ist zu welcher lisa wer 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 hat das reingeschrieben juhu die sind in dem morgen juhu wohin lisa lisa johana die sind ja überall verteilt digga ich weiß sehr gut sehr gut k 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 Lens Bull, zu wieviel gehypt bist du heute auf dem Fallgeist Stream? Also ich bin echt gehypt, welcher Modus drin ist. Noch nicht spoilern, wenn du spoilernst. Upsen, vergessen. Hashtag Mikro... Ja, Wutz kann wieder schreiben. Hashtag Mikro los. Mikro übertreibt aber nicht. Gott saubchen. Scheiße. Nachricht gelöscht. Lens Bull, mal schauen. Mir geht es heute nicht so gut. Okay, Lens Bull. Ich wünsche dir aber gute Besserung, Leute. Lens Bull meine ich. Also musst kein Vollgeist Stream machen. Doch, doch, will ich, will ich, will ich. Habe ich ja heute Morgen... Was geht, Leute? Sechs Zuschauer... Will ich ja heute machen. Hatt ich ja heute Morgen schon gesagt. Ähm, ähm, äh, und übrigens neue Modus ist ja heute, ne, Lens Bull, wenn das... So, ich hab mir jetzt dreimal vorübergeblockiert. Ja, bitte. Für 900 Sekunden. Ja, Wutz hat, wurde von Mikro, ja, Mikro hat ja Wutz... Ey, hättest du ihn wirklich ausgeblendet, Digga, hätte ich ihn nie wieder gesehen, Digga, Mikro, das ist ein bisschen zu krank. Naja, ich hab aus, ich hab auswissen, ich hab mich verklickt. Ich hab mich verklickt. Ich hab mich verklickt. Ich hab mich verklickt. Sitz, ich hab mich direkt wieder auf rückgängig geklickt. Naja. Naja, also, ich würde es schon ganz gut finden, wenn er ausgeblendet wäre. Ja, und dann meine ich nur Zeit würde. Leute, ich bleib mal hier bei unserer Base, dann könnt ihr... Zitz, 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 zitz. Mikro, welche, wo bist du gerade so auf der Karte? Irgendwo am Arsch der Welt. Nein, sag mal wo, weil in der Nähe... Ich bin beim Turkisen. Etwas weiter. Ich geh jetzt grad zu Lila und Dings. So in die Richtung. Da bin ich. Bei Lila? Das ist das eine Team Mikro. Pass auf, pass auf. Die haben ja schon bei mir so 10 Blöcke Netherite oder so Mikro, da musst du aufpassen. Vielleicht haben die hier auch schon... Ich sag mal so, der Schleim ist nicht weg. Schnell fest. Ja? Es ist eh verboten, Spieler grundlos zu töten. Und ich bin Admin. Spieler töten ist verboten. Und ich bin Admin, von daher. Mikro, wenn du ne neue Map erstellst, mach bitte Spieler töten, ist erlaubt. Sonst ist es ja... Macht ja gar kein Spaß. Hallo, was ist hier los? Mein Ding läuft rum und greift Gegner an. Ich weiß nicht, was hier los ist, NoSkin. Also ich glaube, der Erdblock hier auf dem Nether-Portal, der hat alles Tops genommen. Mein Spaß. Also Mikro, dieses Haus, das sieht mega nice aus. Aber irgendwie fehlt noch dieses Dichchen, ne? So das Dach. Das ist... Das lässt sich noch zurück, ne? Aber ich find's schon mal sehr schön hier, so einen schönen Brunnen hier, der... wo man hier schön trinken kann, oder wo man sich eher trinken kann. Da kann man hier einen schönen Geheimdruck machen. Da packe ich mal die ganz gut. Sitz! Sitz! Sorry. Darf ich mal Schweine töten? Danke. Nein! Darf ich ihn dann schlagen? Dankeschön. Meine Scherz hast du musst ja auch vermehren, ansonsten darfst du dich auch nicht töten. Müsstern sich vermehren? Müsstern habe ich auch keine Ahnung, wie es für uns beide reichen soll dieser Vorrat. diese platz ist keine bücherin egal leute denn entstanden wir jetzt mal unsere diamant rüstung bisschen übersteuert aber egal so leute zack zack wasser infinität explosionsschutz nicht keine karte schuss sicher tatsächlich mache ich mal echt wasser infinität sie doch zum ersten mal habe ich ein richtiges wort geschrieben gibt mir ein gibt mir ein ballon dann gibt es ein like ballon plus sido gleich sido wenn ich gibt es ein dislike warte ich sollte ein ballon geben okay ich guck mal ob ich die ballon schenken kann das wieder zu meinen lassen ich geb dir zwei ballons sogar 10 ich geb ihn 20 dinge in fg vollgeist wie wie der schleim was denn nein was aber menschen sagt mal ist neuer modus drinnen sagt bitte sag bitte bitte dass da ein neuer modus drinnen ist ja bitte jo sorry findet leider keine balance so johu da schreibt darf man rein nein das sind friedliche solcher na klar darf man reden habe ich auch schon gemein darf man nicht schnell testet sich auch nicht in die regel wenn ich wirklich möchte würde ich dich auch töten dafür so hier sie du bitteschön ich habe einen ballon für dich ok leute es gibt aber eine neue regel damit das aber nicht zu langweilig ist man darf ab sofort leute töten man darf aber nicht den nut klauen oder ich habe einen ballon leute man darf ab sofort spiele angreifen und töten aber ich habe schon eine base gegrüft man darf aber nicht die full items klauen hier da ist der ballon so schnell fest also alle die jetzt gerade im stream schauen und die auf der welt sind und darf ab sofort leute angreifen ja aber nicht den loot klauen oder die base griefen genau wenn man dann gekillt wird das macht man gekickt und denn wenn man fünfmal gekillt wird sagt mikrod so du wirst jetzt gekickt nö 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 oha wer hat denn hier angefangen na digga der eine typ der hier reingebaut hat der denkt auch der findet auf höhe 96 dias nö 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 wenn es mal nö 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 Juhu, Juhu, jawoot, Hashtag Mikro... Okay, ich sag nicht weiter. Oh mein Gott, Mikro, sieh! Mikro, sieh, wir grad den Bann haben. Mann, der gab's nicht mal voll scheiße, ich gucke mal aus, weil sieh, ich gucke mal. Ich hab's schon, äh, Archer. Ich drück immer aus Versehen auf Nutzer, äh, ausblenden, und da muss ich ganz schnell wieder einblenden, weil ich vergesse, ich drück das immer aus Versehen. Ey, Mikro, wenn er dann wirklich irgendwie einen Bug hat, nie wieder schreien, Digga, das ist echt ein Ehrenlos. Das war ein Aus Versehen. Dann kommen wir gleich wieder essen, was. I've got no Woods. Blocky schreibt Slime, Slime schreibt Blocky, und Mocky schreibt Hocky. Was, Slime schreibt Mocky? Was? So, Leute, Headset angeschlossen, jetzt können wir Mikro Space weiter kaputt machen. Steuertest? Ja, dankeschön für den Like. Also, äh, Spiele angreifen ist jetzt erlaubt. Echt? Ja. Aber nicht griefen. Äh, aber... Aber nicht griefen. Man darf aber Tribes gründen, indem man, äh, sich untereinander nicht angreift. Man darf ja jetzt Gegner töten. Achso, nee, das ist ja Dings. Ah, der hat mir ja die Dias. Lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich. Ja, 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 mach ich, 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 na, 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 auf. Also, ich packe... Jetzt krieg's nur schöne Wassersusche. Lass mich, mach einen schönen 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 schönen. Halt. Arranathine Aber ich möchte ihn nicht l 26 nr 2 nr 4 nr 3 nr 3 nr 3 nr 3 nr 3 nr 4 nr 3 nr. Den nach den Красstoffenl� und Slimeconomon abtiection著��. Willkommen zurück 2 Stunden stream ich jetzt schon Das mach ich nie wieder bei nem Mädchen Ja Ich stream jetzt 2 Stunden Wahrscheinlich sind davon jetzt keine Ahnung 50 aufgefunden stream Heißt doch gut Für 2 Stunden nicht Mikro hat nur ein Schild im Kopf Ja Immerhin hab ich was im Kopf Nein Mikro Er meint den Schild in Minecraft Diesen Bug Mikro Bei mir ist der zwar nicht Aber ok Zum Beispiel bei nem Dreizack Der Dreizack steckt im Herz drinnen Ja ich hatte Was? Super Ähm jawohl es hat einfach so random welche gebannt Aber morgen bekommt er wieder Mord Scheiße Scheiße kann ich nicht mehr bannen Da kommt jemand Achso ne das ist Mikro sorry Hier ist noch Mädchen Auf Hardcore Rapper mit DC So schnell fest das Dusch du einmal schön Oh ja Duschi Musch Ähm duschen Ähm Mikro hatten Achso Ähm oh ok Sind zu schauen was geht Was hat er geschrieben? Äh nein Mikro das mit dem Schild habe ich aus Versehen fast doppelt gelesen Ah Trost Schnauertest Ja Gehst du Schnauert hütten? Ja Ja Ich kann ja mal erkunden gehen was die da so alles haben Na ich komm auch mit Ok Ich nehm meine Ersatzhose Schnauerts Inventar Da komm ich mit Aber Leute Lecker Herz auf Riesengabel Was zur Hölle? Lecker Herz Aber könntet ihr mich bitte nicht töten wenn ich bei seinem Haus bin? Ich hab alle auf das von ihm Mein Gott Digga der eine schreibt einfach lecker Herz in äh äh auf große Gabel Oh mein Gott Was haben die da für einen Turm gebaut? Was zur Hölle? Hä? Nö Digga das ist ja ein riesen Turm was? 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 Der ist immer der Der ist immer der Alter Hä? Was ist das für eine Höhle? Oha Waaah 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 Alter was ist das für eine riesige Digga Waaah Ey Digga nach Wällchen Ey Digga nach Wällchen Dann beim Spielfram besser hättest du Schnauertest Ist es aber nicht Es ist einfach nicht Mikro warum schreibst du es noch mal Digga denn ist ja klar dass sie denken dass wir kommen Das soll ja auch äh klar sein für alle dass sie jetzt eingreifen erlaubt sind Du hast schon einige äh Digga egal Alter seht ihr mal diesen riesen Turm mein Mikro alter Okay da will ich hin Das hat Dings geschriert äh gebaut hier Michael Ollas Also Abel Das ist mein Turm Erstmal Raiden XW ja mach ich Raiden nicht erlaubt Wenn er so oder so der einzige der sich nicht am Regeln halten kann Wie gesagt Raiden nicht erlaubt Ansonsten kriege ich dich wirklich von Server noch einmal Raidest Als zurück Größt Slash Ben Schnelle und das war es auch wieder mit den 100 Abonnenten Fertigsten so denn die Hälfte aus und der Landtag und der Landtag der Hörer und Prozent der Lernkunden werden am angezeigt Schnauptas Bank Ack Schicht Schicht ich bin er hat der flaschen abfüllen der wird uns hassen Mikro oh Mikro ok okay okay oh mein gott ich habe ein bilder aus gesehen getötet gerade getradet kannst mich party ein nein 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 das ist konstant ab in der party nein ich meine jetzt die die wir getötet haben sind richtig mädt wie mädwurst ich habe außerdem will ich ja getötet das kann jetzt ja eine feine macht ihr das mikro warum gucke ich das wir dürfen doch doch gar nicht hingucken bro mit tp ist ja unfair wir haben ja gar nicht teleportiert wir haben nicht haben haben immer noch nicht haben wir sind gelaufen ja wenn ihr gerne wird dann die abonniert zauber zaubert ihm ein lächeln ins gesicht dann geschehen haben maxim wir hast mir nicht schnarrt hast wir haben wenn ich halt die klappe man kann ich schwarzen ich nehme mal zwei schweineflasch aus einer so kins nr korrekt man schluss die und das gerade noch an wo sind die schaffenden k k k k noch ist wir haben noch nicht allerdings mehr vertausend bücher wir haben bücher und hat eine freie abruf nochmal hingehen nein nein mach ich nicht so richtig aggressiv jetzt das ding ist bei auf meine map des griffes rhein ja erlaubt er meine 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 wäsche ich mach kraft ok leute an alle die jetzt auch mein team wenn noch im stream sind wir müssen uns alle vorbereiten auf dem raid morgen ich war noch mal kraft habe nur schuss sicher schuss sicher tue auf und zu tür auf und zu spämen ich würde sagen schoss sicher ich würde sagen ich mach mal durchbohren wohnen miko bei uns schuss sicher schuss sicher da kommt es mal um den nee das ist den ziel in vier hier ich mache mal federfall okay ich hab kein labes mehr ich habe das hier muss ein komplettes labes ich würde schon einst du entschädigen von herr es sei herr schluss was ich ja und close und das andere kann weg so leute gute idee für eine base in den mit wasser ja die kriegen das gleichwertige sonst mal sagt die garstritt ist doch gleichwertig ja noch mal gucken leider vielleicht wenn ich mal ein neues projekt machen will ich tatsächlich meine insel bauen digga das wird zwar sehr schwer verdammt schwer so von dem großen berg und denn dort eine brücke denn eine fliegende insel leute das wird richtig schwer werden fly island da meine insel heißt flying uwe schütte ich kann sich daran kann man nicht so schnell reden ob ich sie vertreten naja das stimmt man kann er nur über einen eingang so und dann auch die gab was war denn bei den villager so wertvolles wahrscheinlich nach stritt gratis aber guck mal ihr müsst es ja so sehen was ihr habt ja auch auf meine base an raid gemacht das ist das ist so ganz kurzes nachschauen der villager ist mir vor der flinte gelaufen soll das ist wirklich ja ja wirklich dankeschön leute so auf einer anderen welt konzert apple wurde lebendig begraben traurig also schneller test wenn du das nächste mal was mit eisen herstellst und solltest du auch vielleicht ganz vielleicht ja auch vergewissern dass genug kohle drin ist und vergewissern dass damit nichts stiert nein wir sind doch eh ein team ich brauch das schlager test so deine russung ist kaputt kannst du von den eisen neu machen statt hast das ich glaube schon geburtstag ich hab meine ich aua mann 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 ich muss mein wut raus lassen ey schlager test sorry ich wechsle das team nein hör jetzt auf ich brauch noch um helfen soll ich mir den ganz kaputt machen hör doch auf wow digga hör auf digga der ist auf die höchste voll oh ja wutz kann wieder schreiben und der hat geschrieben hashtag mikrolost nein spaß dann wenn ich PS4 hab kann ich dir dann eine redstone brücke machen wo der boden weg geht wenn man einen hebel aktiviert ja das ist ja krass er ist ja jetzt geschrieben hat waren digga direkt nein nein hat er nicht hashtag mikroost oh mein gott juhu schreibt wurde von deinem mods getimoutet warum das so ich hab ja hoch oder juhu ich hab ja hoch oder juhu ich hab ja hoch ich hab ja hoch oder juhu so zack jetzt hab ich noch mal 1200 Sekunden geteilt warum äh leute warum habt ihr ihn getimoutet ihr solltet ihn getimouten er ist ein ganz lieber leute wisst ihr was schreibt dir schreibt juhu in deinem chat äh leute wisst ihr was wisst ihr was es sind ja villager so wichtig wisst ihr was ich jetzt mache ich hatte nämlich einen der ist weggelaufen oder getötet worden keine ahnung vorher steht er ist halt eine luftgejagd ich weiß nicht ja wahrscheinlich hab ich den t in den inventar hab ich nicht gucke leute hab ich nicht Lenny ich hab eine äh äh von Lenny Lee Lenny so 6 Zuschauer wahrscheinlich sind jetzt gleich alle weg also ich will ja nichts sagen ich hab auch Mudder Mudderfield hab ich 1 hab ich eine F1 gesendet bekommen lol der hat mich der hat ein Follower da gelassen und dann hat er mich geedit dem Zuschauer was gehts für mich oder deine sechs zu schau so ich kanns äh oder wer Rollen Nichts nicht bestimmt in 5 die ich hab wir was so ja das schüttliche wolf schätze sie oft gejagt hat h Hör auf ich habe 4 ja zu beim . geht es warum habe ich jetzt leute ich komme nicht mal party wieder ich bin mal gespannt wer das ist aber keine ich habe nicht so viel zeit weil ich gleich wieder party gehen muss hallo war der feli hallo wer ein from a very good very good country Leute, warum habe ich einen Ausländer, äh, warum habe ich einen Ausländer, äh, einen Follower, hä, 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 ist das gut, äh, weil wenn, dann, welch über der Brücke, ja, legal, das ist eine nice Idee mit der Brücke, äh, lauf, äh, juhu, schreibt, gibt's unser Villager, ach, Leute, wisst ihr was, ich hab mir Bock mehr, ich geb euch einen scheiß Villager. Auch wenn ihr euch eigentlich nicht mal gehört, ich schenke euch jetzt einfach rein. Digga, da gibt's 10.000 Villager in dem scheiß Dorf und, ach, egal. Mega, unterstieg die Kinder, wohin, juhu. So, viel Spaß damit. Und auch, tradet der überhaupt aus? So, und so, das habe ich, glaube ich, genug für Villager. Sie hat mich geschlagen, Mikro. Okay. Kann auch Schlüsselkarte für. Alter, als ob. Soll ich Mikro können Leute einzeln in den Chat? Eins, 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 eins. Oh, wie ist das Scheiß? Okay, komm her. Okay, komm her, komm her, komm her. Eins, eins. Mikro. Oh, Mikro. Kurz laber, einmal zu schicken. Ich komme mal kurz zu dir, okay? Nein, Spaß. Ich brauche auch einen Bedinger. Ich brauche auch einen Bedinger. Palmlich oder palmlich die Musik? Komm her, Junge. Hört man die? Hört man die? Hört man die? Was hast du das denn denn? Hört man die? Hört man die? Was ist das? Ey, was war das? Na, Brust! Ja, man hört so. Hä, es gibt einen Armbrust? Ja! Das ist schon so lange. Darf ich mal schauen? Darf ich mal schauen? Ne, die hat Dings... Wer schreit? In Armbrot! Die ist aber richtig scheiße, mit der zu treffen. So Leute, ich muss noch schnell was einstellen. Die Einstellungen flexen, wie das Zeug flext. Hä, was? Leute, weil ihr so netz seid... Ich glaube, ihr so netz seid, esse ich jetzt einen Schoko-Bahn. Ja, was? Ja. Ey, Juhu hat jetzt genug Villager. Ich habe in 50 Villager gespawnt. Das ist richtig dumm, Mikro. Ich weiß. Die können sich jetzt, wenn sie Glück haben, unendlich Bücher traden. Das ist mir geil. Soll sie ruhig machen. Weil, wenn sie uns traden, dann kick ich sie. Man darf um zwei angreifen, aber wenn dann noch eine Sache fehlt, dann kick ich sie. Knappes! Komm, ein bisschen essen. Mach doch wenigstens immer die Tür zu! Genau! Genau! Das fällt auf den... Hör auf! Angriff! Angriff! Ah! Oh mein Gott! Alter! Ich hab... Alter! Alter! Alter, hab ich mich erschrocken! Ich hab geschreibt, äh, schuldige, weil er meinte, dass man die Beine nicht töten soll. Ja, ja, ich frag dich denn. Sind Zuschauerleute, was geht da? Wie bekommt man eigentlich Bücher? Lederfarben, Leder, Leder und, äh, Dings, äh, Zuckauer. Man kriegt Bücher, aber man bücher gefarmt. Farmt. Farmt. Oder ein Villager damit... Was, eine schlaue, war ich halt! Okay. PvP? Jemand schreibt mit PvP, etc. LOL! Das war einer aus meiner Stream. Mhm. Die 40 Leute, die ich geedit hab. Leute, ich glaub, das sind wirklich 40 Leute. Leute, wie lange geht schon der Stream? Ich glaub, wieder viel zu lange, Digga. Oh, zwei Stunden, Digga, das... Mikro will fünf Stunden streamen und das ist... Ach, Digga. Ich krieg' schon wieder nen Krampf. Wollt man nicht heute noch Apex? Ja. Aber ich glaub, ich beendworte bald Streamen. Ich glaub, ich mach heute wirklich kein fünf Stunden Stream. Ja, Digga, fünf Stunden, wenn man das schon wieder hört. Wollt ihr euch schon Gold-Apfel geben? Leute, ähm, übrigens, ich bände jetzt auf jeden Fall schon mal streamen, Leute. Ähm, ähm, weil ich will ja heute noch mal live gehen, äh, weiß, äh, weiß... Heiden mit Tabi, ein Baum ist nicht gleich ein Baum, weil... Ach so, weiß Heiden mit Tabi, ein Baum ist nicht gleich ein Baum, weil er Blätter hat. Ohhhh, war da krass. Ähm, Mikro, komm mal her, bitte. Ich muss hier wieder drüben gehen. Naja, Leute, ähm, an die Leute, die, äh, jetzt noch alle im Stream sind. Heute Abend bin ich wieder live, ähm, und zwar Fallguys, schräg-Guysfall. Ich bin nicht dabei. Mikro ist nicht dabei, Leute. Heute, äh... Nein, Spaß hier nur dabei. Mikro ist heute dabei, äh... Drei Dings von hier. Lass mich, lass mal da. Schaut beim Mikro vorbei. Tschau. Danke. Tschau, Leute. Mal auf der Reine. Dankeschön für den krassen... Tschau, hört mir alle auf Insta. Danke für den krassen Sport in letzter Zeit. Ok, ok, wat. Ok, let's go. Oh, Leute, ich bin dumm. Oh, Leute, ich bin dumm.